Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist der Musikfreitag und heute haben wir tatsächlich einige Reactions wieder auf dem Kanal vor. Ja Leute, ich war in den letzten Wochen ein bisschen inaktiv, das tut mir sehr leid, aber ich bin jetzt endlich wieder zurück. Hier wird sich bald auch etwas ändern, auch bezüglich Twitch wird sich einiges ändern. Also falls ihr meinen Twitch-Kanal noch nicht abgecheckt habt, ist der erste Link in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall vorbeischaut. Wir werden heute auf einen sehr guten Kumpel bzw. einen Kommunitator von mir reagieren, nämlich Nier. Ich bin ehrlich, Nier ist einer der Künstler von meinen Freunden bzw. ich höre euch alle meine Freunde an. Aber da gibt es einen Song von Nier, den ich tatsächlich sehr feiere und zwar Stadt, die nicht schläft. Die höre ich bis heute noch super, super häufig an, die Single. Und ja, einfach ein starker, toller Künstler. No homo. Aber ich würde sagen, nicht ich rede jetzt, sondern wir lassen Nier reden mit dem Song Martens. Ich habe natürlich jetzt schon mal ein Like dagelassen. Das muss Support, muss sein. Der Song geht 2 Minuten 16 und mal schauen, in welche Richtung sich der Song bewegt. Aha, aha, aha. Von Zigaretten und Drogen halten wir uns zurück. Auch wenn ihr ein leidenschaftlicher Qualmer bzw. ein leidenschaftlicher Raucher ist. Okay, da kommen mir schon die ein oder andere Szene bekannt vor. Die tolle Nürnberger City hier. Okay, ich fühle schon, wohin der Beat geht und es gefällt mir sehr. Es gefällt mir sehr, dass es mal so ein bisschen ein flotterer, kein Party-Song, aber so ein flotter, guter Song ist. Aha, da bekommt man das Cash. Die Frage ist, warum dann hier überhaupt studieren geht, wenn da jetzt schon das Cash so läuft. Aber irgendwie muss sich ja der Benz finanziert werden. Dieses durch das Nightlife erinnert mich ein bisschen an Nightlife von Rind. Sie will in das Nightlife, Nightlife, sie will in das Nightlife. Ja, ich kann Rind nicht ablösen. So gut bin ich bei den Texten hier. Oh, das war doch süß. Ne, die süße Katze, das war doch gold. Ich muss sagen, das Musikvideo ist auch nice. Also man sieht, dass die Bock hat und Spaß hat in meinem Dreh. Und wenn man das bei einem Musikvideo sieht, dann weiß man, dass der Song, glaube ich, auch gut gelungen ist. Und das ist da auch in dem Fall, ja, einfach, kann man nur sagen, Mashallah, einfach nur toll. Ich schicke mir eine Memo für ein Table-Stoss. Die Demo lenkt den Benz und keinen Reno, Baby, ich komme. Lenkt den Benz und keinen Reno. Inshallah, irgendwann der arme Gapit Dilaras, ne. Wichtig und richtig. Oh, man. Ich bin bald vorbei, ich glaube, es dauert nicht mehr lang, ja. Bauen Flecken auf dem Hoodie, ich rutsche es anders. Weil draußen ist es eiskalt, eiskalt. Durch das Nightlife, ja. In einem alten Mercedes. Ich finde es nice, dass der Song sich trotzdem ein bisschen Zeit gibt. Also obwohl er so ein bisschen flott und vom Champ her gut dabei ist, gibt es doch einige Stellen, wo er ein bisschen ruhiger wird. Und dann... Der Refrain brennt sich ein. Ich kann den Refrain jetzt schon. Also, Nia, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich sing dir den Refrain vor. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ja, hoffe ich mal. Da hab ich jetzt ne Wette gemacht. Super. Ähm, ah, das ist doch ne goldige Szene, ne. Da ist der Nia seinen schönen Pudding. Nein, Spaß. Jetzt denk ich mal, äh, der Espresso oder der Kaffee. Sieht, da sieht er glücklich aus. Ne. So glücklich waren wir alle mal vor Corona, Leute. Ne. So glücklich waren wir alle mal. Da war das Problem, ob wir den Schokopudding oder den Vanillepudding essen. Jetzt haben wir ganz andere Probleme. Okay, Leute. Das war, äh, Martens von Nia. Ein Song, der mir sehr gefallen hat, muss ich sagen. Ja, Leute, äh, ihr könnt Nia auf jeden Fall gerne abchecken. Ist ein starker Song geworden. Kann man nicht da, äh, meckern. Ähm, alle Informationen, die wir sehen. Informationen oder alle Links sind tatsächlich in der Videobeschreibung verlinkt. Falls euch diese Reaction gefallen hat oder das Song, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniert den Kanal, aktiviert den Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Hier ist noch ein anderes Video verlinkt, das kannst du dir auch nochmal anschauen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Ciao.